Lektion 147, ein Kurs in Wundern, Kreutow Verlag Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und wieder wollen wir uns tief in diese Worte hinein sinken lassen. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Amen. Amen. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Lass mich die Vergebung Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Lass mich die Vergebung Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Was ich mit Gott denke.